Herzlich Willkommen zu einem anderen Shop Video. Ich hatte ja heute Morgen zwar schon einen Shop gemacht, allerdings ist jetzt irgendwie nochmal der Shop aktualisiert worden. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze gleich an. Wenn euch die Videos hier natürlich auf dem Kanal gefallen und in der Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schaut auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen und lasst dort natürlich ein Follow da. Und ich würde sagen, wir schauen uns direkt den Item Shop an und zwar ist heute der Recon Expert tatsächlich wieder zurück im Shop. So wie eine Menge anderer Sachen, natürlich immer noch Shadow Rebell Skin von heute Morgen. Ich würde sagen, wir beginnen allerdings erstmal ganz links, dort haben wir einmal den Finsterbomber. Dazu dann die Donneross Spitzhacke und dann den Glüh für der Dunkelheit Gleiter. Als nächstes haben wir dann noch den Großer Schluckus Skin, dazu dann die Doppelzapfer Spitzhacken und dann die Schlürf Lackierung. Dann haben wir, wie gesagt, den Recon Expert bzw. Speer Veteranen Skin, wie er auf Deutsch heißt, obwohl man den Namen noch nie gehört hat. Skin sieht an sich absolut shit aus, meiner Meinung nach. Also wäre eben halt nicht selten, dann wäre es nichts Besonderes, aber ja, ist irgendwie seit zwei Jahren jetzt nicht mehr drin gewesen. Ich glaube, irgendwann in Season 1 war er nicht in diesem Extra Shop drin, sondern in dem ganz normalen Item Shop, glaube ich. Und seitdem kam er eben halt nie wieder rein und jetzt ist er tatsächlich das erste Mal wieder drin. Er hatte ja im Update 12.6 tatsächlich einen zweiten Stil bekommen hier ohne Kopfverdeckung und viele haben eben halt gesagt, wegen des Logos hier oben, dass es irgendetwas mit dem Live-Event eventuell zu tun hat. Weiß man allerdings natürlich nicht, aber finde ich auf jeden Fall sehr krass, dass nach wirklich so einer langen Zeit jetzt der Recon Expert wieder zurück ist. Wahrscheinlich alle, die den hatten, werden sich jetzt so beschweren, dass das Skin nicht hier besonders ist. Allerdings, wie gesagt, an sich ist der Skin eben halt echt nichts Besonderes. Gefühlt einfach nur so ein klassischer No-Skin aus Chapter 1, aber mehr da auch eigentlich wirklich nicht. Und dafür ein blauer Skin ist eigentlich schon sehr, sehr teuer. Trotzdem, ja, ist er jetzt wieder drin. Wahrscheinlich werden sich viele Leute, die ihn haben, wie gesagt, beschweren, aber juckt ja auch nicht. Und Epic Games hatte nie gesagt, dass der Skin für immer, ja, ein OG-Skin bleiben wird. Auf jeden Fall haben wir dann als nächstes noch den Synthos-Skin. Dort einmal den Standard-Stil und dann den Stil mit Brille. Dann haben wir als nächstes noch die Bionic-Sichel als Spitzhacke. Dann den Gute-Laune-Gang-Emote. Als nächstes dann noch die Synthos-Spur als Contrail. Auch ein neues Contrail tatsächlich mal, das man so kaufen kann. Gibt's ja sonst auch sehr, sehr selten tatsächlich nur. Dann haben wir noch den Recherens-Skin. Als nächstes dann noch den Deckeltritt-Emote. Hier sollte er es normalerweise eigentlich schaffen. Vielleicht, jetzt. Nein, er fällt immer. Also normalerweise gibt's da auch eine Chance, dass er das schafft. Warum er das gerade nicht schafft, weiß ich nicht. Aber eigentlich, ja, besteht auch die Möglichkeit dazu. Krieg ich grad nicht hin. Lul, kompletter Vorführeffekt. Auf jeden Fall haben wir dann als letztes noch den Shadow-Rebell-Skin. Denn dort haben wir einmal insgesamt fünf verschiedene Stile. Einmal den Standard-Steel, dann den Stil ohne Schutzbrille, dann den Stil mit Maske. Und dann noch den Shadow- und den Ghost-Steel dazu noch. Und ich find's tatsächlich sehr, sehr krass, dass sich auch der ganze Shop aktualisiert hat. Also er hatte sich dann ja heute Morgen um zwei Uhr einmal aktualisiert. Und jetzt irgendwie nochmal mit dem Rickon-Expert-Skin. Und ansonsten alle anderen Skins hatten wir ja heute Morgen auch noch nicht drin. Also find ich irgendwie sehr, sehr komisch, dass das jetzt so mitten am Tag ist. Aber, gut, dann kommt ihr eben halt einfach noch in den Shop-Video. Ich hoffe, euch hat natürlich dieses Video gefallen. Wenn das so sein sollte, wie gesagt, lasst gerne eine Bewertung da. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.